Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal wieder COD. Ich habe ja COD vor kurzem schon gestreamt mit euch zusammen und ich wollte da jetzt aber nochmal separaten Insti-Videos zu machen, einmal zu Mehrspieler und einmal zu Zombie. Einzelspieler ist ja, naja, da ist ja diese Blackout und so drin, damit muss ich mich selber erstmal beschäftigen. Ich werde das Video nicht rendern, nicht schneiden, gar nichts. So wie ich es jetzt aufnehme, in 4K lade ich es bei YouTube hoch, ohne HDR, weil YouTube kann mit HDR sowieso nicht anfangen und dann wäre keine Kamera drin, das geht nämlich mit Kamera nur mit normal 4K. Ich finde es schade, dass jetzt nicht wirklich eine Story mit drin ist, weil ich fand die Story vom letzten COD, WWW2, fand ich wirklich epische Macht mit, das war eher wie ein Film aufgebaut mit Spielsequenzen. Fand ich sehr, sehr geil, also die Story war wirklich episch, war richtig geil. Finde ich schade, dass das hier nicht mit dabei ist, dass es rein online ist, aber dafür ist es 4K, HDR. Und ich würde sagen, wir fangen erst mit dem Mehrspieler an, da mache ich jetzt das erste Video und nachher mache ich dann noch ein Video zum Zombie. Ich habe es auch schon, wie gesagt, mit euch ja schon mal gestreamt und das wird auch, das wird auch nochmal kommen, das werden wir jetzt, Hardcore Abschluss bestätigt. Und wir suchen. Und wir werden das natürlich in der Community Night, wenn wir zusammen zocken, zusammen spielen, ihr könnt mitspielen, wir können uns da dann auch demnächst mal Termine ausmachen und das alle drum und dran, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe sie jetzt mit Curry gespielt und so, war schon cool. Wo ist meiner? Auf meiner ist schon verdient. Ich weiß nicht. Kämpfen, gewinnen, Profit. Die Krater hatte ich auch noch gar nicht. Oh, scheiße, da kann man zurück, der Penner. Oh, scheiße. Zu spät reagiert. Da hat Urena mal wieder sein Mikrofon an und rechtzeitig Fernseh an. Fuck, da war ich gerade am Schießen. So was hasse ich ja. Kann ich die hier irgendwie stumm schalten? Option, Grafik, Audio, Netzwerk, Stumm schalten. So, viel besser. Wenn man schon so was spielt, ich bin nicht gut, also ich will nicht sagen, dass ich hier toll bin, ich bin echt scheiße drauf. Aber mir macht es mit euch zusammen so viel zu anfangen. Wie ihr seht, mit euch zusammen megamäßig Spaß. Aber wenn man so was spielt, dann sollte man doch wenigstens ein Headset aufsetzen oder das Mikrofon auslassen oder den Fernseh so leise machen, dass es kein Echo gibt. Hört sich scheiße an, wenn man das Spiel spielt, man hat den geilen Sound, der wirklich gut rüberkommt hier und trotzdem noch den Sound von einem Fernseher hat. Guys, da warst. Fuck. Fuck. Ah, scheiße von links. Also ich war schon mal besser. Okay. 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 Boah, wo war der? Ja. Okay. Okay. Boah, scheiße. Ich bin heute echt schlecht. Also ich bin sonst schlecht, aber auch schlecht, aber heute bin ich ja extrem schlecht. Oh, scheiße. Ach, da war er. Ich bin heute auf diesem Bett da vorne. Scheiße, hinter mir. Boah. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Boah, da war er doch drin. Wir haben getan, wofür wir bezahlt wurden. Wir machen noch eine Runde, weil hier sind wir ja mitten drin geworfen worden. Vielleicht sollte ich doch mal eine andere Waffe nehmen. Das hatte ich noch nicht. Okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, sie hatte ich doch am Anfang. Boah, die hatte ich doch, glaube ich, am Anfang. Ich hab' den komplett kam. Gucken, wie ich jetzt bin. Also die Levels sehen schon geil aus. Hier soll auch Newtown mit dabei sein. Die hab ich ja hier lieb, die App, aber die hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber die Waffe sieht ja auch geil aus da hinten, mit dem Skin drauf. Ihr seht, man kann die auch anpassen, ich bin noch nicht so hoch im Level und so gut, dass ich die anpassen kann. Missionsgebiet ist heiß. Wir gewinnen hier. Was? 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 Die feindliche Drohne kreist. Oh, Pissei! Feinde haben mehrere Drohnen eingesetzt. Mist. Oh, ist doch nicht. Feindliche Drohne kreist. Feindliches Geschütz aktiv. Oh, Scheiße. Ist doch nicht. Wenn was teuer ist. Ein feindliche Drohne kreist. Da kamen sie. Feindliche Hellstorm nähert sich. Feindliches Drohnengeschwader unterwegs. Ah, scheiße. Die gewinnen das hier. Zurückschlagen. Drecksküter, ey. Feindlicher Kampfhubschrauber über uns. Alter. So schnell bin ich nicht wie die. Feindliche Drohne über uns. Zuständigkeitsbereich verloren. Mission ist gescheitert. Da kann ich nicht mithalten. So gut bin ich nicht. Ich war noch nie gut drin. Aber wie gesagt, ich spiele echt nur gerne mit euch zusammen. Da macht das richtig Gaudi. Oh, nee. Nicht schon. Das ist ein Zufall. Das mag ich nicht. So schlecht ist die ja auch nicht. Ich kann die noch nicht verbessern. Und wieder einmal ein Zufall. Was ist das? So schnell bin ich jetzt. Und jetzt gucken wir heute mal. Okay. Dann muss ich Tom meldet sich zum Dienst. Mal versuchen was noch. Vielleicht kriege ich eine bessere Runde hin. Grünes Licht. Gehen wir an die Arbeit. Ach, in der Ecke war er. Wir haben den Vorteil. Wir verlieren den Kampf. Ach, Scheiße. Ach, was da noch nicht geht? Ach, was da noch nicht geht? Hinter mir. Ganz toll. Feindliche Drohne über uns. Ach Gott, ist doch nicht. Ach Gott. Ach Gott. Ach, ist da nicht. Ach, da war er schon wieder. Ja, Mist. Und von links hoch. Feindliche Drohne kreist. Feindliches Geschütz aktiv. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Aufnehmen. Joker. Feindliche Nerven. Ach, der Kroosh. Aber er ist nicht geförder Herr. Der Kroos. Kann ich nicht. Verkommen. Er ist wichtig. Es wird nicht. Feindliche Konterdrohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne über uns. Feindlicher Kampfhubschrauber nähert sich. Feindliches Einsatzteam nähert sich. Ich hab die Stachel dran hier sehen. Es gibt keinen Profit in der Niederlage. Kämpft. Ich hab die Stacheln gebeten. Ich hab die Stacheln gebeten. Missed. Alter, ich hab doch drauf geballert Feindliche Drohne kreist Niederlage Über diese Leistung reden wir noch Ich, wie sagt, ich bin grottenschlecht Ich bin richtig grottenschlecht Ich bin wirklich grottenschlecht, aber es macht mir halt unheimlich Spaß Wenn ich andauernd verliere mit euch zusammen oder mit Curry und Brina und mit Andi und so Schön zusammen quatschen Dabei hin und her rennen und Leute abknallen Insofern nicht so viele abknallen Aber es macht halt riesen Spaß Und jetzt vor allen Dingen in 4K und HDR Also mir fällt der Online-Modus sehr gut Also die neuen Levels sehen auch recht gut aus Wir werden uns jetzt gleich nochmal den Zombie-Modus angucken Blackout werde ich demnächst nochmal machen Da werde ich dann nochmal ein Video hochladen, denke ich mal Und uns die einzelnen Modi angucken Das Einzel, was ich halt hier echt schade Sehr, sehr schade finde Ist, dass kein Story-Modus vorhanden ist Weil, das hatte ich vorhin ja schon gesagt Im WWW 2 Der Story-Modus, der war einfach episch Der war einfach episch Der war einfach geil Eigentlich, wie gesagt, wie ein Film mit Spielsequenzen Das finde ich echt schade Dass sie das diesmal hier wirklich weggelassen haben Aber sonst ein sehr schönes Spiel Kann ich nicht anders sagen So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen Wie gesagt, ich werde es nicht rendern, nicht schneiden Gar nichts Ich werde es so lassen, wie es ist Und so unkomprimiert hochladen Damit ihr seht, wie es aussieht Haltet jetzt nur 4K ohne HDR Mit HDR sieht es halt nochmal ein bisschen was besser aus Wenn es euch gefallen hat A Däumchen wäre A Träumchen Wenn ihr noch Fragen habt In die Kommentare Wie gesagt, demnächst Community-Projekt Können wir dann alle zusammen spielen Also wenn ihr das Spiel habt natürlich nur Und wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin, haut da rein Ahoi Sagt euer Odin